Ich bin der König der Welt! Dein Maul, Alter! Moin Jungs, da bin ich wieder Und zwar in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Yacht in den Online-Modus bekommt Also in die freie Sitzung oder freie Lobby, freier Modus Irgendwas frei! Heute ist Freitag Und deswegen bringe ich für euch extra diese Yacht von der Story und vom 4. Heiß in den Online-Modus Was ihr dazu machen müsst, ist einmal, ihr müsst mit dem Motorrad hierher fahren an diese Location Das zeige ich euch gerade mal So, hier, so Danach müsst ihr diese Geste machen Und jetzt seht ihr da hinten Und es muss Nebel sein, das ist ganz wichtig Und ihr seht den Nebel, da müsst ihr mit der Taschenlampe, die ich jetzt auch in der Hand habe Einfach den Nebel, ja Quasi verschwinden lassen So, das mache ich mal Ich tue die Taschenlampe ziehen Leuchte mal ein bisschen hin Und dann passiert was ganz merkwürdig Schau mal Oh mein Gott Oh mein Gott Die Yacht ist im Online-Modus Ich raste völlig aus Das war natürlich ein Witz Jungs, das war ein Witz Ich verarsche euch Nein, ernsthaft Ich zeige euch jetzt wirklich, wie das geht Und zwar ihr müsst einfach nur unter Start Online gehen Jobs Jobs spielen Von Rockstar erstellt Dann macht ihr die Gegner-Modus Und den Schlitzer Number 3 Den Job startet ihr Müsst natürlich jemanden einladen Ob ihr das mit Randoms macht Oder Ja Mit irgendwelchen Kumpels Das spielt keine Rolle Dann tue ich mal hier bestätigen Aber weil ich da noch eine nette schicke Dame habe Die ich natürlich auch gerne einladen würde Die mir dabei hilft So Und dann kann es auch schon losgehen Dann wird die Sitzung gestartet Und dann kommt ihr jetzt gleich in den Ladebildschirm Wo man das Ausfett wechseln kann Und dann ist es eigentlich super einfach Da ist eigentlich schon die halbe Miete getan So Jetzt seid ihr hier in den Bildschirm Und dann geht sie einfach auf Job verlassen Kreis und X Und da seht ihr im Hintergrund schon Steht die Yacht im Ladebildschirm Ja Ich habe das Ganze mal ein bisschen vorgespult Damit es ein bisschen schneller geht Weil das ist eine öffentliche Lobby Das sind die Ladezeiten immer so extrem lang Und wie ihr jetzt sehen könnt Die Yacht im Online-Modus Geil oder Das ist schon richtig geil Also herrlich Herrlich So wie ihr seht Ich mache jetzt mal kurz das Deakpad nach unten Ja Das Karsportt ja noch ein bisschen rum So Ihr seht es Eine Aufenspieler Öffne Öffentliche Lobby Ich habe einfach mal Ja das Radar mal ausgemacht In den Videos Das sieht einfach schöner aus Wenn da kein Radar links unten ist Aber wir seht Öffentliche Lobby Ihr könnt jetzt mal rüberschwimmen Euch das Boot anschauen Weiß nicht Wenn ein Kumpel das Also in der gleichen Lobby startet wie ihr Landet ihr vielleicht in der gleichen Lobby Und könnt dann zu zweit auf das Boot gehen Und das Geile ist die anderen Spieler sehen das Boot ja nicht Also die sehen euch da wahrscheinlich irgendwie so rum Backen in der Luft rum fliegen oder so Aber könnt euch nichts machen weil ihr ja in dem Boot drin seid Also richtig geil Ja das war es auf jeden Fall mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es so ist dann lasst eine positive Bewertung da Wenn es euch nicht gefallen hat dann lasst doch eine negative Bewertung da Und dann sehen wir uns beim nächsten Video Also Jungs ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video Ciao macht's gut